Hallo hier da draußen, hört mal her! Wir haben immer in der Terrorgruppe in der Schweiz gespielt, wo deutsche Bands ja nicht so dermaßen angesagt sind. Und ich habe vor der Terrorgruppe gespielt, war halt immer Fan. Und um die Leute vor der Bühne zu halten, meinte halt so, ey wir spielen jetzt hier und so, gleich kommt die Terrorgruppe, das ist total super. Ihr müsst da bleiben, die haben mich mein ganzes Leben begleitet und sowas. Die Leute fanden das auch gut, dann kam die Terrorgruppe auf die Bühne, da meinte der Sänger von der Terrorgruppe so, ja gerade hat ja irgendwie DJ Ötzi gespielt. Und wir sind geil, wir machen so Punkmusik, das ist irgendwie geiler, weil wir Verzerrer haben. Das fand ich irgendwie so mega trist. Terrorgruppe, Terrorgruppe, alle reden immer nur Terrorgruppe. Ich weiß, was da los ist. Die DVD kann man ab jetzt schon bei Amazon.de vorbestellen, so ist es nämlich. Die DVD